jo leute willkommen zu einem neuen video von mir wir machen mal heute ein video was ich heute eingekauft habe ich habe bei aldi eingekauft für knapp 50 euro ja und ich zeige euch mal was ich so gekauft habe fangen wir mal an also einmal habe ich mir hier frische puten mini stacks gekauft das haben die kostet 279 ganz günstig eigentlich dann noch hier schöne gurken sticks ja dann habe ich mir noch okay dann habe ich mir noch glas rein gekauft ja ich glaube mein stuhl ist kaputt grüße an meser grüße an meser gehen auf jeden fall raus der macht auch seine stühle immer kaputt aber habe ich ihn auch delikatess rotkohl gekauft ja auch sehr lecker dann habe ich für also bei aldi die echt geile energies muss ich sagen ja sind gut kosten 50 cent also 50 cent die dose kann man nicht meckern ja das ist die gleiche größe wie monster energy oder sowas und kosten 50 cent hier haben wir noch hier haben wir noch Apfelsaft hat mir noch geholt Direktsaft und Totschrift Raumspray also für die Toilette und so ihr wisst bescheid dann noch Traugensaft habe ich mir noch gekauft ich war ein bisschen schneller weil ich habe ein bisschen mehr eingekauft also bei aldi kriegt man für 50 euro echt verdammt viel muss ich sagen ja jetzt noch mal Edge Drink Müllbeutel sind immer gut ja dann haben wir noch Orangensaft auch mit Fruchtfleisch ein bisschen was für die Zähne ein bisschen Brot das milde haben wir auch noch mal gegönnt dann haben wir hier noch mal frische Hähnchen Mini Steaks ja auch sehr gut weil eben ein bisschen so auf Ernährung achten gute Energy Drinks jetzt vielleicht nicht so optimal aber ich möchte mich halt gesunder ernähren weil ich abnehmen möchte dazu wird auch noch mal ein Video kommen auf jeden Fall hier haben wir noch mal eine Salz Butter von Melke Botte sehr lecker sehr gut weil ich bin wie aktuell 127 Kilo und ich möchte runter auf ungefähr 100 Kilo bis August ja ich bitte auch noch mal ein Video machen wenn ihr wenn ihr Bock habt wenn ich dafür ein wöchentliches Video machen oder so oder tägliches wie ihr wollt ja dann hier noch mal so Nachfüller für das Klo dann habe ich hier noch Feuchtücher gekauft dann noch mal fürs Klo so Duft halt also für Reiniger und so jetzt kommen wir zur großen Tüter das läuft aus was im Teufel aber richtig gut dann haben wir noch Putzmeister gekauft für alles was so sauber machen und sowas angeht dann haben wir noch Pure Food Mandarinen Direktsaft gekauft der schmeckt super lecker ich liebe ja Mandarinen und dann haben wir uns noch Family Cappuccino gekauft ja also mit Karamell Geschmack mag ich persönlich sehr gerne ich trinke keinen Kaffee naja ich trinke lieber Cappuccino hier ist dann noch einmal frische Fettarmelmilch von Mezzani 1,5% dann haben wir hier noch deftige Mahlzeit Frickadeng Topf genau nehmen wir Bock auf was auf was warmes haben was schnell geht dann haben wir hier noch zwei Rinder Rouladen haben wir uns auch noch mal gekauft hier auch sehr lecker dann ist noch mal ein Energy Drink das ist der letzte und dann habe ich aber fünf Stück gekauft insgesamt drei Apfel und zwei Himbeere noch mal eine Pappel Milch noch mal eine Pappel Milch für die Sonntag mit 4 Liter gekauft so und dann ganz wichtig Salz dann habe ich mir noch Avocados gekauft sehr lecker liebe Avocados dann noch Orangen ja eine Pappel zwei Kilo dann noch Zitronen ja drei Stück dann dazu noch Lavendel Spülmittel und dann noch Toilettepapier sehr nett auf jeden Fall und dann haben wir uns noch Küchenrolle geholt so wenn man mal gekleckert hat oder was wegwischen muss warum nicht ne also ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ich sowas öfters machen soll dann sagt mir das noch mit einem Like oder schreibt es mir in den Kommentar ich habe mich inspirieren lassen von Excel 95 und Tanzverboot Links dazu unten in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Video haut rein Leute Ciao Ciao Peace out